Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 24. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1031 mit den folgenden Themen. Apple Tower Theater, iOS 15, Börse, Tinder, MGM und Brave. Ich beginne gleich mit dem ersten, einem neuen Apple Store, der in der kommenden Woche in Los Angeles eröffnet wird. Ja, da geht man jetzt nicht einfach so auf die Schnelle vorbei, denke ich doch mal in der aktuellen Zeit. Aber wenn ihr das nächste Mal in Los Angeles seid, solltet ihr euch das Teil unbedingt anschauen. Das Ganze ist ein historisches Filmtheater, war es zumindest seit dem Jahre 1927. 2021. Richtig schön aufbereitet mit einem riesen Himmeldach und ganz viel Verschnörkelungen etc. Und dieses hat Apple liebevoll rekonstruiert und wieder aufgebaut und in einen Apple Store umgebaut. Muss man sich auf jeden Fall geben, würde ich doch sagen. Nicht nur wegen den Apple Geräten, sondern auch, weil das Gebäude einfach wirklich ganz, ganz gut ausschaut. Weiter geht es mit iOS 15. Wir haben ja vor zwei, sind es jetzt schon drei Wochen, auf jeden Fall vor kurzer Zeit die neue iOS 15 gesehen und was da alles so für neue Funktionen reinkommen. Im Internet findet man schon ganz viele Berichte zu einzelnen Punkten davon. Jetzt gibt es ein erstes Hands-on-Video mit 500 Futures, die kommen werden, die aufgezählt und gezeigt werden. Wer mag, gerne mal reinschauen. Im letzten, ich glaube es war August, hat Apple die 2 Milliarden Marke überstiegen und war somit, nachdem sie die 1 Milliarde schon als erstes überstiegen haben, die erste Firma, die eben über diese 2 Milliarden Marke geschritten ist. Nun folgt Microsoft hinten nach und ist mit den aktuellen Zahlen eben auch jetzt über die 2 Milliarden geklettert. Nicht weit davon weg ist mein Amazon mit 1,768 Milliarden und Google mit 1,67 Milliarden. Die Wetten können eröffnet werden. Was denkt ihr, welche der beiden Firmen wird es als nächstes schaffen? Weiter geht es mit Tinder, dem, jetzt hätte ich fast gesagt, Social Network. Ja, der Dating-App, die kann bald schon mit Videos umgehen. Und irgendwie dachte ich, das konnte sie schon länger. Auf jeden Fall kann man jetzt auch Videos hochladen, editieren und dann seinem Profil hinzufügen. So viel zumindest, wenn ich die Screenshots richtig interpretiere. Auch soll neu dazu kommen ein neues Feature. Das kommt jetzt im Verlauf dieses Tages schon raus. Hot Takes, was das genau kann, liebe Tinder-Nutzer, findet es raus und wenn ihr mögt, teilt es mir mit. Ich habe die App nicht mehr auf meinem Smartphone. Ja, somit kann ich auch nicht wirklich nachschauen. Ich könnte mal auf YouTube schauen, vielleicht gibt es da ein Tutorial dazu. Amazon wollte ja MGM übernehmen. Das wollen sie immer noch. Aber jetzt wird es anscheinend doch ein bisschen genauer geprüft. Weshalb und warum? Darüber schweigt sich zum einen Amazon, aber auch die FTC, welche sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut, schweigen sich wie gesagt aus und somit bleibt es nur abzuwarten und zu schauen, ob es dennoch durchgeht oder was da genau passiert. Dann geht es weiter mit dem letzten Thema und das dreht sich voll und ganz um eine Google-Alternative. Zumindest war Brave bis anhin ein Browser, den man eben alternativ nutzen konnte, der Sicherheit und Privatsphäre auf die Flagge geschrieben hat. Jetzt, und das haben sie vor ca. 2-3 Monaten mal angekündigt, kommt eine eigene Suchmaschine. Sie ist online und ihr könnt sie nutzen unter search.brave.com in daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens ist der Link natürlich drin. Könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Mittlerweile blickt Brave auf nicht ganz wenige, 32 Millionen aktive Nutzer, die eben auf den Browser setzen und zukünftig wahrscheinlich dann auch die Suchmaschine von ihnen nutzen. Wenn sie dann gut ist, lasst mich mal wissen, wie ihr die Suche findet. Ich habe mal meinen Namen gegoogelt und war nicht ganz so happy damit. Da gibt es ein bisschen was zu tun für den CEO hier im Haus. Genau, das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag, wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, in der nächsten Folge gerne wieder. Ach ja, und für all diejenigen, die es verpasst haben, gestern kam mit der 1030 noch eine kleine Sonderfolge zu neuen Produkten aus dem Hause Lenovo rund um die MWC Online. Nur für diejenigen, die möchten. Alle anderen, freut euch auf den Tag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.